yugioh master duo so habe ich mich vorhin gefühlt als der eine makro kosmos gegen meinen hexwerker deck gespielt hat genauso weil dann kann weil dann werden alle karten die im friedhof landen ja eigentlich verband ich wollte eigentlich gegen deinen live zwillings deck hier immer spiel noch mal kommt er mit der scheiße jetzt machen wir das aber richtig keine sorge oder ausgewählt ich schlagen muss ich mir echt was einfallen lassen das hätte noch wilder werden können das war schon wild genug für mich das denke ich mir ich hasse briggs rei das ist so ein scheiß deck das ist so ein bullshit deck besser als ellblutsch auf jeden fall wie will ich starten das eigentlich immer für komische geräusche die ich hier im hintergrund höre von wem keine ahnung mir so das ist rody und da ist rody raus und da ist er wieder drin juhu was für dich ich bin mir noch unsich gamepad hallo du bist dir unsicher ich spiel hier gegen dich mein gamepad wollte nicht reagieren ach komm machen wir gut so anscheinend war selbst im gamepad das vorherige duell zu viel wahrscheinlich wir uns die hier wird jetzt interessant werden wir uns am ersten duel als wir diese decks genutzt haben waren wir noch ziemlich anfängermäßig mal gucken wie wir uns jetzt damit schlagen werden ich will den effekt will ich ich will dich rufen und dich setzen wir hier hin das finde ich nicht so schön warum weil du es machst auch die machen würde dann wäre das voll geil oder so viel was anderes also rody machen wir hier eben live deck und dann macht das auch dann 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 färbt der smash okay nein okay da hast du es nein hast du schon damit angefangen oder warum hat sich das so komisch an gehört was nein du ekelhafter oh man ey also dann möchte ich gern noch eine karte nachziehen dann möchte ich gern noch eine karte nachziehen da da warum wird moment habe ich die karte hier eben oder habe ich doch die habe ich hier drin hier habe ich da so deshalb alles klar das funktioniert so gerade gar nicht okay dann würde ich die runde Enden? Ja, komm. Droh! Jetzt kommt er wieder mit der Scheiße. So, ähm, ne. Und da hat es Wut gemacht. Und Rody schon nach Folge mit neuen Karten? Ne, also ich hatte dann ein paar Edelsteine bekommen und einige Packs gezogen, aber das meiste war nur Mist, also. Und auch nichts zum Zerlegen brauchbares. Ja, wie denn, also die, zum Beispiel die Event Packs kann man ja nicht zerlegen. Ich meine durch die Geheim Packs. Ne, nicht wirklich, die meiste waren, die meiste waren, also ein paar Sachen konnte ich zerlegen, halt normal und rare, aber jetzt nichts besonderes. Ja, schade. Ja. Es wäre wirklich so brauchbar, wenn man Karten mit den Spielern tauschen kann, auch wenn es nur die Freunde sind. Mhm. Oder ein Global Trade Center, das wäre auch saugeil. Saugeil. Ne, bei Pokémon oder bei Yu-Gi-Oh! Bei Poki-Oh! Bei Poki-Oh! Bei Poki-Oh! 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 Oh Gott, nein! Bitte nicht! Wo wir es gerade auch bei Bitte nicht haben und ich hier Live-Deck halt gerade habe. Vorhin habe ich auf YouTube ein Video der Blasphemie gesehen, was Live-Evil-Twins angeht. Hä? Und da hat da jemand, da hat jemand Live-Evil-Twins zusammen mit Eldridge gespielt. Boah! Boah! Ey, ich hätte fast kotzen müssen. Seriously? Ja. Ja. Das war eklig. Baaam! Echt neue Karte! Wuhu! Wup wup! Wuh! Wuhu! Wuhu! Atti! chicken irgendwie zu die. Wuhu! Wuhuu! In Karte! Interakt! denke ich zu die! Nein. Oh. Oh. Pern, da zu viele Karten auf der Hand. Ja. Oh. Ja, ja, das Salon-Drachenmädchen. Salon-Drachenmädchen, warum so? Da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Ich hab wiederum darauf keinen Bock. Och, schade. Weißt du, da hab ich keinen Bock drauf. Was? Und was habt ihr denn überhaupt Bock? Äh. Denied. 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 Sehr gerne, du bist das so ein Arschloch. Ich weiß. Ähm. Ja. Was machen wir? Am besten nichts. Ähm. Da werf ich die hierfür ab. Ist mein Effekt hier jetzt dauerhaft gesperrt? Ähm. Für die Runde. Okay. Ähm. Hm. Interessant, dass ich das Monster nicht rufen darf. Okay. Okay. Ich weiß schon, worauf das wieder hinausläuft. Ah, du mir das. Hm. Ich rieche eine Linkbeschwörung. Du mir das. Ja. Du mir das. Ja. Was kann... Okay. Das Passwort. Das wirst du nie erfahren. Dein Passwort? Ja. Oh, das finde ich aber schade. Oh. Ähm. Hey, ich verstehe das teilweise nicht. Was ich mal machen darf und was mal nicht. Ich dachte, du bist mittlerweile geübt mit dem Deck. Das schon. Allerdings, das Spiel sagt mal, ja mal darfst du das Monster beschwören. Und dann, oh, jetzt gebe ich dir das mal nicht zur Auswahl. Aber dafür in der nächsten Runde darfst du das wieder haben. Das sind bestimmt wieder irgendwelche Kleinigkeiten im Kartentext, was man da wieder nicht berücksichtigt oder so. Bescheuert, ey. Das kam bis zu Out of Nowhere. Ja, also, ne. Ähm. Dafür will ich dich jetzt haben. Oh, no. Dann will ich dich beschwören. Es wird doch wieder eine Link-Beschwörung. Ja, ja. So, ne linke Nummer hier, ey. Ja, ja. Klub. So, zack. Jetzt kannst du noch das andere Ding da holen und du zerstörst irgendwas von mir. Genau. Oh, shit. Du... Oh, ich glaube, ich weiß, was du von mir zerstören willst. Da ist ja jetzt auch kein Effekt zu aktivieren kann. Ja, ich wusste es. Auf Wiedersehen, Suha. Ah. Boah. Da tut mir aber leid nicht. Komm. Moment. Ähm. Ah, okay. Ähm. Ähm. Hä? Ich verstehe das echt nicht. Na, egal. Ich verstehe dich auch nicht. Schau mal an. Ich kann dich jetzt hier hinlegen. Hm. Sexy. Jögenau. 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 Nein, Kjörn, du mach das nicht. Ah. Wieso ist der Effekt nicht getriggert? Ja. Ach, stimmt. Ich hatte die Karte ja gar nicht im Grave. Shit. Ja, gut. Ja, gut. Äh. Das ist jetzt scheiße. Ja, gut. Das ist jetzt scheiße. Ich habe da so ein Vieh vor mir, was einfach mal 4400 Angriffspunkte hat. Und sagen wir es mal so. Du hättest mir damit sogar geholfen vorhin mit dem Blitzsturm. Seriously? Ja, weil das bekommt die 4400 nur, wenn die beiden Linkmonster im Friedhof liegen. Okay. Und da du die da hin verfrachtet hast? Hm. Eine etwas unangenehme Situation. Ich bin wieder mit der Scheiße, ey. Mich doch. Du lässt mich Karten ziehen, ey. Blablabla. Ich will auch ein paar Karten auf die Hand bekommen. Was du willst. Tschüss. Okay, tschüss. Jetzt schon wieder, ey. Es geschehen Dinge. Es gefällt mir nicht. Dass hier Dinge geschehen. Das ist jetzt dezent scheiße. Wie war das, Rod? Ich habe die nicht verstanden. Ich wollte fragen, ob ihr eigentlich da am Wochenende bei diesem Turnier mitgemacht habt. Ich habe es nicht. Ja, okay. Achso, Galar Arctus. Ja, habe ich gemacht. Mich hat es nicht so interessiert. Zum Glück hast du ja jetzt so viel Zeit. Ja, aber wirklich. Ich bin jetzt halt echt gerade voll am überlegen. Das merke ich. Ich probiere es jetzt einfach, ey. Ihr seht da ehrlich gesagt jetzt keinen anderen Ausweg. Was ist das denn für ein Vieh? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich dich hasse, Keanu. Und warum sitze ich überhaupt und zock mit dir? Ich würde es vorhin auch nein sagen können. Ich habe keine Lust. Was macht das Monster jetzt genau? Dinge. Ganz ein Monster von deiner Hand oder Spielfeld, sei das alles gut anbieten. Gib einer. Okay. Das Vieh macht also Dinge. Ja. Verstehe ich das richtig? Das Vieh macht Dinge, ja. Will ich auch Dinge machen? Ich beschwör dich einfach mal. Ja. Das war's für heute. doch nicht egal egal was ich mache und ganz böses wort sagen hier böses wort einfügen hat jedes mal so eine scheiß verfickte drecks karte die alles konnte was ich mache ich sag's doch der typ ist der jugi in real life heute spielt gegen kiano scheißegal was ihr macht er hat eine antwort auf alles so road jetzt kannst du dich von kiano mal ärgern lassen jetzt soll das auch noch passieren ja braucht man eine pause ich muss mich von diesem schock erholen